Und damit hallo und herzbekommen zurück bei Baldur's Gate 3. Achso, nicht verwendbar, okay. Hab mich jetzt auch schon gewonnen. Hä? Äh... Okay, ich sollte nicht einfach drücken. Das ist Jurgel, der Schreib des Todes. Ich glaube nicht, dass jemand ihn noch immer beobachtet hat. Was für ein Ding, Jurgel? Okay, da ist definitiv ein Knopf zum weitergehen. War das eine geile Idee? Oh! Was für ein Ding? Oh! Oh! Ich konnte die Ruinen. Ich glaube, wir verstecken uns erstmal da drin, bevor die kommen. Die nutzen jetzt alle Spurten. Boah! Von da oben aus? Da hinten auch. Ich will. Oh! 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 So haben wir ja ist es schon ok Boah 4 Weiß ich gar nicht ob das so geil ist wenn wir die da einfach reinlassen Keine Führung Abbild beschwören, lenke die Gegner mit einer Lission ab, aber schon 3m von Hinterhältiger Angriff, Fernkampf Shit Boah warte mal 28 10 10 Ok das geht wenigstens noch Klingenbann, erleidt nur halbster Schaden durch Ding Seine Klovorlachen in Zustand liegen ohne dass sie sie aufstehen kann Verängstigen Hier ist bei dem Ziel muss Humanoid sein Verstummt Boah der kann Umgebungszauber machen Ja Glückwunsch! Glückwunsch! Ich bin mein Feind. Ich bin mein Fehlschlag. Es ist so viel für Frieden. Kleiner Bastard. Ich bin mein Fehlschlag. Ich werde aufstehen. Ich muss weiter kämpfen. Ich bin mein Fehlschlag. Ein anderer Kampf. Los geht's! Komme ich da noch hin? Sehr gut. Tja, jetzt bist du verstummt. Ich versuch da wegzulaufen und krieg ein paar ab. Und du kannst nichts von dort und aus machen. Ihr habt euch selber gefickt, Alter. Ihr scheiß Penner, ey. Wie schaut's aus, Alter? Wie geil findet ihr das, hä? Oh! Jetzt soll ich den anderen Typen aber umlegen. Das ist der andere eigentlich, weil er genau das war schon der. So, schön rein. Boom! Mit Toten sprechen. Amulett der verlorenen Stimmen. Stark. Oh, warte mal. Soll ich das aufmachen? Oh, shit. Wir sind so am Arsch. Ich glaub, das war ne dumme Entscheidung. Oh, hallo. Deine Kumpels schlafen nur. Äh. So, er sprach. Und so du standest vor mir. Right. Wie immer. What a curious way to awaken. Now. I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Was für eine Frage, warum stellt er sie? Was für eine Frage, warum stellt ihr sie? Äh, was für eine Frage, warum stellt ihr sie? Ich frage mich wieder. What is the worth of a single mortal life? Okay. Okay. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Was? We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Was? Der verdorrte. Seelenmünze. Okay. Ich frage mich. Ich frage mich. Wie lange hat er es. Ich frage mich. Ähm. Okay. Er geht halt einfach weg. Oh. Jetzt hat er keine eingesteckt schon. Wann haben die eigentlich wieder Sachen dabei? Habe ich den nicht durchgesucht? Warte. Er ist noch da. Speichern. We have nothing more to discuss. Continue on my way. As if I were not here. I must attend this place after so many years away. We will see each other again. Soon. Weg gehen. Okay. Ich meine ich höre es einfach mal auf ihn. What a mess the ages cause. Warte mal hab ich das aufgemacht. Gibt's schon, ne? Ach ja stimmt, war nur der Käse drin. War hier noch irgendwas? Ich nicht. Ist es irgendwie Sinn dahinter zu gehen? Oder dahin? Oder dahin? Warte, da ist ein Mechanismus. Da ist eine Leiter. Geh mal weg. Wo komm ich da hin? Oh. Cool. Was bringt mir jetzt genau was? Hier ist nix. Doch warte, ich kann hier hoch, oder? Ich vergesse mal, dass man auch klettern kann hier. Na ja, da ist das Ding. Ah okay, wir hätten auch hinten rum reingekonzt scheinbar. Aber gehen wir mal wieder rein. Boah, der liegt das Skelett. Äh ja, tut mir. Geht's da auch weiter hin? Ne. Okay. Wir haben noch ne zweite Tür. Aber cool, da haben wir wahrscheinlich einen Typen gefunden, den wir dann später wieder kassieren können. Oder der uns später auf den Sack geht und uns umbringen will. Das kann natürlich auch passieren. Ich mein, in dem Spiel die Hälfte will dich wahrscheinlich umbringen und die Hälfte will mit dir rumlaufen oder sonst irgendwas. Kannst du eigentlich noch heilen? Scheinbar nicht mehr. Was können die anderen alle? Durchschnaufen, nicht Reaktion. Durchschnaufen, auch heilen. Um dich zu heilen? Was ist da drin? Aber die haben alle Heiltränke, aber keine... Das sieht aus. Uh. Entlüftung. Kein Fallenden Schärferwerkzeug verfügbar. Was ein Tag. Warte, warte, warte. Endlüftung. Kommt dann da was raus. Warte, warte, warte. Oh, das sind überall Fallen. Warte, wie du gehst. Es ist ein Tag. Da ist ein Tag. Oh, das sind überall Fallen. Da ist auch schon mal so ein Siegelkreis. Das ist doch schon mal so ein Siegelkreis. Das ist eine Karte der Umgebung. Dann kannst du Missions... Oh, der Ansehen in einem eigenen Markierungen platzieren. Dann kannst du Wegpunkte teleportieren, die du entdeckt hast. Ach so, da. Okay, cool. Ah, dann war ich da, aber... Ich bin da nicht rein. Stimmt, ich bin ja wieder ins Schiff rein erst mal. Liesel hat einen gefährlichen Blick in ihren Augen. Malcmachen, dass sie diese Umstände für irgendwelche Fröse fährt. Hier passiert das Kellner. Okay. Schade Ich habe aber kein Fallenwerkzeug Warte mal Achso ich bin überladen Oh Ups Ich habe doch fast nichts dabei Ich weiß nicht was ihr habt Guck mal Kann der andere trotzdem Fallenentschärfer Also du brauchst Ein Fallentschärferwerkzeug Na super Immer noch zu schwer Hast du die Rüstung wahrscheinlich Da Leise Die hat sogar besser das Ding Ja Ist der Panzer gewesen Okay Solange man keinen Fallentschärferwerkzeug hat Brauchen wir das gar nicht probieren Hab ich das genutzt Wahrscheinlich schon Nein habe ich nicht Ich habe das Ding echt übersehen Das ist sogar zwei Okay Sonst ist ja da nichts No more prayers Only dust and silence Tafel Okay Okay Ja das sind mit der Ruine Eigentlich auch durch Kann ich jetzt dann eigentlich pennen Beste Freunde für immer Tafel Zeit und die Elemente Verdrehte Ranken Okay Wir können da hoch Da unten haben wir eigentlich alles Angeschaut oder Ja Oh das Schiff ist ja da komplett verteilt Naja stimmt da hinten war ja das andere Ding Und da komme ich da hoch Könnte ich aber da komme ich nicht hoch Okay Ja dann schauen wir was da oben abgeht So drüben wir der Käfig Das ist das wo wir her kam Beziehungsweise wo wir die Ding gefunden haben Erdhofen Streitkirche Streitkirche Goblins kommen Remira Aradin Okay Nur mal speichern Wer weiß was jetzt dann da kommt Ich würde gerne rasten Ach da Lager und Rastmenü Kurze Rast Verfügbar 2 von 2 Lange Rast Lagervorräte 276 Oh Sie braucht das schon wahrscheinlich eine Lange Rast Zaubertricks Zauberplatz Göttliche Macht Bonusaktion Einmal pro Zug Okay also wir können zweimal rasten Wie wir Lust und Laune haben Oh da ist auch ein Wegpunkt cool Sonst ist da scheinbar nix ist da unten zufällig irgendwie in der Höhle Ne Dritten könnte ein Weg runter sein Open the bloody gate Nobody gets in Zevlor's orders Zevlor's orders That pack of goblins will be on us any second What's going on? Goblins are on our tail Open the gate Zevlor Oh now You let goblins hear Where is the druid? Please There's no time By the nine hells Open the gates Canard no Shit Forma line Oh, ein Hexenmeister, Kumpel. Scheiße, die Penner sind da oben, ne? Der kann ja auch spurten, ne? Zeit, um zu gehen. Boah, 28 im Walk. Ich hätte nicht da hinstellen sollen. Müssen wir da oben blöd schauen. Grottenschrat. Fuck. Oh, zweimal. So, kann ich jetzt dann da? Machen wir das dann. 60, 65. Nee, da kommt sie gar nicht hin. Werfen. Übervisierte Nahkampfwaffe. Oh, ist das ein Schamane? Schmieren. Schmieren. Da herlaufen. Na, komm schon. Na, Tarn kann hier machen, stoßen, eintauchen. Na, Tarn. Jetzt sehen Sie mich. Was ist das? Bewegungskosten verdoppelt, schmittiges Gelände. Nicht genügend Bewegungsrate. 42 zur Chance bloß. Uh, das ist nicht geil. Der Typ ist einfach aufgestanden. Tatendrang, also zusätzliche Aktionen. Oh, jetzt weicht der Sack aus. Die Bonusaktion. Wow, mehr nicht. Okay, der Warg ist tot. Ah, jetzt greifen die von oben an, ne? Ah, die greifen, mein Typ, man. Oh, Alter, wie stark sind denn die? 6 und 9. Nachteil, Ziel zu nah. Wow, jetzt hat er ein 10er Ding. Objekten interagieren kannst, da fleischen. Ach komm, ey, der kann doch nicht jedem Scheiß ausweichen, Alter. Wirst du mich verarschen? Sehr gut. Ey, Aktion trifft halt kein Schwein, ne? Segen der List gewährt an ein anderer Kreatur vor, dabei würfende Heimlichkeit. Bonus von 1, 2, 4 auf Attributswürfe. Ja, helft denn mal, die kommen nicht klar. Achso, der heilt den anderen, sehr gut. Oh. Woh. 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 So, Grottenshrad ist down. Wo ist noch der eine Typ übrig? Wenn ich näher hingehe, nehmen wir noch hohe Verteidigung. So, jetzt macht die kalt, oh, alter Leute, sehr gut. Gold. Oh, Handschuhe der Macht. Goblin Krummsäbel. Markkampf wirkst so möglicherweise ein Malus von minus 1 d4 auf den Angriff von der Rennungswaffe Fingerfertigkeit plus 1. Den lassen wir jetzt einfach so liegen. Ah, da ist noch der Goblinschläger. Wie war denn das jetzt eigentlich? Ich hab doch da irgend so ein Amulett eingesammelt. Drow Gift. Uh. Da, Amulett der verlorenen Stimmen. Nekromantie Zauber dritten Grades. Sehr gut. Sehr gut. Für die Neukdom paraten. Es ist sicher nicht. Die Anlage valeur nicht. Der Uruch ist nicht widerspannend. Der Uruch ist nicht gespann. Der Uruch ist wahrscheinlich nicht gespannter. Sonsten muss ich nicht. Die Situation ist abhängige Aktion. Dieses Ergebnis eines anderen Attributs merkt man in den Zustandsfreigestellt. Wir bleiben neben deiner schnellen, dass es lange Voraussetzungen gegeben sind. Ritual Oh, nach einer langen Rast kann ich das nur nutzen Oh Jetzt dachte ich, ich könnte vor dem Goblin-Boss was rausfinden Aber scheinbar nicht Die Schweinerei Betoten sprechen erneut würden Was war das der Leerknolle Ne, warte, ich wollte immer noch weiterschauen Was haben wir denn da noch alles Verdünntes Öl Ich weiß, wir haben da oben den Reisesack Das benutzen wir dann später schon noch Reise durch den Dschungel Porträt von Fahne Extrem beziehungsweise Linien lassen den Untoten Auf diesem Porträt Lebendig erscheinen, trotz seiner leeren Augenhülle Könntest du schwören, dass ein Blick dir folgt Oder über dich urteilt Fane? Kann es sein, dass das der Typ ist, den wir Vorhin gesehen haben? Ach, hier misst ein Feuer Schleudern eine Flasche mit flüssigem Feuer, die beim Auftriffen explodieren Auch nicht schlecht Silbermedaillon Wir haben noch eine Rapier 2-9 Schaden Was erzielt es dann eigentlich? Streitkolben 2-7 Morgenstern 2-9 1-1 1-8 Plus 1 Wucht Wer scheitert einer deiner Angriff überwächst und dennoch Wuchtschaden Das da ist Wucht 2-9 Kannst du ja scheinbar nutzen Naja How delicious How delicious Können wir das ausblenden? Ah da Helm ausblenden so Der hat auch einen Reisensack und Alchemiebeutel Haben die alle was? Achso, das sind die Lagervorräte Ah, okay Er vergisst, was ich gesagt habe Sie hat ein Langschwert Habe ich eigentlich auch ein Langschwert für sie? Was ist denn jetzt? Alles so gut, wie es endet Nicht so schlecht, wie es sein könnte Kannst du mal rein oder was? Smaragtheim